Ja, guten Morgen, liebe Teens. Hi, schön, euch zu sehen. Heute erwartet euch wieder ein weiteres Kapitel des Markus-Evangeliums. Wir hatten letzte Woche mit Markus Kapitel 1 gestartet und heute schauen wir uns Markus Kapitel 2 an. Markus Kapitel 2 ist ein super interessantes Kapitel. Markus Kapitel 1, da wird uns erwähnt, dass Jesus als Wanderprediger loszog und in ganz Galiläa predigte. Und nicht nur das, sondern er setzte Menschen frei, heilte Menschen und dadurch konnte er nicht mehr in die Städte gehen. Markus Kapitel 2 beginnt mit der Aussage, dass Jesus nun zurück nach Kapernaum ging, in die Stadt, wo sein Dienst so richtig begonnen hat, also in die Heimatstadt von Simon Petrus. Und ja, wenn man so dieses Markus-Evangelium liest, dann wird ganz viel davon berichtet, was Jesus tat. Also seine Kraft, seine Macht steht so im Fokus. Und Kapitel 2 macht genau dasselbe. Ja, wir erfahren davon, wie Jesus Menschen heilt, wie Menschen, ja auch, wie Menschen Jesus finden, dadurch, dass Menschen sich zu ihm hinbewegen oder Menschen zu ihm geführt werden oder Jesus auf Menschen zugingen. Und das sind sozusagen auch, das führt mich zu eigentlich dem Hauptthema von heute, nämlich, dass es drei Menschengruppen in deinen Freundschaften gibt. Drei Menschengruppen. Und die erste Gruppe sind Menschen, die Jesus aktiv suchen. Und genau, ich glaube, du gehörst mit dazu, der du die Hour of Power gerade machst oder du schaust dir gerade das Video an, wahrscheinlich glaubst du schon an Jesus. Und ich glaube, das ist dieses Spannende, was wir in Markus Kapitel 2 lesen. Ich nehme an, das ist meine persönliche Überzeugung, dass sie sich wieder in dem Haus von Petrus befinden. Und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde. Es wird uns berichtet, dass vier Freunde sich aufmachen, um ihren fünften Freund zu Jesus zu führen. Und sie sind wieder aus meiner Sicht in dem Haus von Petrus. Und das Gebäude ist rappelvoll. Es ist ein Gottesdienst, der dort gefeiert wird. Und es heißt, dass der Raum so voll war, dass selbst die, die draußen standen, versucht haben, noch durch die Tür einen Blick zu bekommen auf diesen kostbaren Jesus. Ja, das ist diese erste Personengruppe. Freunde, die Jesus schon kennen und aktiv suchen. Und dann kommen wir zu der zweiten Personengruppe. Die zweite Personengruppe in deinen Freundschaften sind diejenigen, die von Jesus schon gehört haben, aber selbst nicht zu Jesus hinkommen. Die vielleicht von sich aus niemals an den Ort gelangen, wo Jesus zu finden ist. Wie zum Beispiel ein Jugendgottesdienst, deine Connect Group oder eben unser wunderbarer Leuchtfeuergottesdienst. Und hier finden wir die Geschichte von den vier Freunden, die ihren gelähmten Freund auf eine Trage legen und ihn dann an diesen Ort führen, zu dem Haus von Petrus. Und als sie dort angelang, das Dilemma ist groß, sie können Jesus nicht erreichen. Also was tun sie? Sie decken das Dach ab. Und das ist diese zweite Personengruppe. Manchmal muss man sich einfach überwinden und seinen Freunden einfach sagen, hey, ich habe dir doch mal schon von Jesus erzählt. Du bist super begeistert. Komm, ich lade dich ein. Komm heute mal mit mir zur Connect Group. Besuch mit mir doch einfach gemeinsam unseren richtig genialen Jugendgottesdienst Fabrik 10. Oder aber komm doch mal sonntags mit mir in die Leuchtfeuergemeinde. Das sind so Möglichkeiten, die wir haben, um Freunden eine Begegnung mit Jesus zu schenken. Die dritte Personengruppe ist dann in den nächsten Versen zu finden. Und in diesen Versen geht es darum, dass Jesus Menschen ruft. Also Menschen werden von Jesus gefunden, weil Jesus ganz aktiv zu ihnen geht. Es wird uns berichtet, dass Jesus den Levi, der war ein Zöllner, also ein Steuereintreiber, den trifft er. Und was macht Jesus? Jesus geht in sein Haus. Und wer wird wohl in seinem Haus sein? Und natürlich wiederum Levis Freunde. Und Levis Freunde waren, na klar, Zöllner, seine Arbeitskollegen, seine Freunde, seine Gang. Und genau. Und Jesus ist dann dort. Und was macht Jesus? Jesus spricht mit ihnen. Jesus offenbart sich ihnen. Und das ist die dritte Personengruppe, wie du Menschen oder deine Freunde für Jesus finden kannst. Nämlich indem du sie zu Hause besuchst, bei ihnen bist, in ihren Häusern. Und dazu möchte ich dich total ermutigen, also dass du weißt, okay, es gibt Freunde, die kommen vielleicht nicht mit in den Gottesdienst. Die Hürde ist zu hoch, aber ich kann zu ihnen gehen, in ihr Haus und kann ihnen mein Zeugnis weitergeben. Wir finden in Römer 10, Abvers 13, eine ganz, ganz wichtige Aussage. Und ich will euch die mal vorlesen. Ja, also Römer 10, Abvers 13, da heißt es, Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Das heißt, die Bibel ist ganz klar darin, dass Menschen, die in ihren Lebzeiten Jesus Christus nicht kennenlernen und ihr Leben nicht Jesus Christus anvertrauen, dass sie ewig getrennt sein werden von Gott. Und da diskutiert man auch gerne drüber. Aber ich möchte euch gerade euch teens so ermutigen, dass ihr wisst, warte mal, allein dein Glaube an Jesus Christus wird dich retten und wird deine Freunde retten. Ja, und hier Paulus, der den Römerbrief geschrieben hat, bringt diese Aussage auf den Punkt und sagt, Denn jeder, der den Namen des Herrn, also von Jesus anrufen wird, der wird errettet werden. Dann heißt es aber weiter in Vers 14, wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören, ohne dass es ihnen jemand sagt? Und das ist so die Kernaussage von der heutigen Hour of Power. Menschen können Jesus nur dann finden, wenn sie von ihm gehört haben. Und deine Freunde können Jesus nur finden, wenn du ihnen von ihm erzählst. Und dazu möchte ich dich ermutigen, vielleicht ist das eine richtig coole Challenge für diese Woche, dass du sagst, warte mal, gerade in diesen Krisenzeiten, in denen wir gerade stecken, was für eine Möglichkeit, ihnen zu zeigen, hey, ich habe keine Angst, weil ich weiß, wo ich die Ewigkeit verbringen werde. Ich habe keine Angst, weil ich weiß, dass Jesus für mich da ist, dass Gott für mich da ist und dass ich da einfach so Schutz und Bewahrung erlebe. Und dazu möchte ich dich ermutigen, dass du einfach sagst, diese Woche, das ist meine Challenge. Ich werde mindestens einem Freund von Jesus erzählen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine richtig gute Woche. Nicht vergessen, für die nächste Woche Markus Kapitel 3 lesen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Ciao, ciao!